Sie wehren als Bundespräsident ja auch so etwas wie das Gewissen der Republik, das moralische Gewissen der Republik. Und die Aufarbeitung der jüngeren österreichischen Geschichte ist ja ganz eng mit dem Amt des Bundespräsidenten verknüpft. Man denkt zum Beispiel an die Affäre Waldheim. Sie selbst haben die Mitglieder der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg in Schutz genommen und mal gesagt, unsere Großväter sind mit Sicherheit nicht freiwillig in diesen grausamen Krieg gezogen. Wer sich weigerte, dem Einberufungsbefehl Folge zu leisten, wurde erschossen. Und man dürfe den einzelnen Mitgliedern der ehemaligen Wehrmacht nicht die Schuld für die Verbrechen des Hitler-Regimes zuschanzen. Stehen Sie nach wie vor zu diesen Aussagen? Die Wehrmacht ohne Schuld? Ich habe gesagt, die einzelnen Mitglieder der Wehrmacht. Mein Großvater väterlicherseits war Christdemokrat, auch in dieser Zeit. Das war für ihn nicht lustig. Und der andere Großvater ist aus Amerika eingewandert und hat also diese Phase nicht so erlebt wie andere. Aber ich kann doch einem einzelnen Mitglied, einem Soldaten, der dort gekämpft hat, nicht die Schuld geben. Der hätte sich erschießen lassen müssen, wenn er nicht eingerückt wäre. Ich stehe dazu. Gab es Verbrechen auch der Wehrmacht? Ja, natürlich. Also das beschreiten Sie nicht? Nein. Wenn Sie Bundespräsident werden würden, müssten Sie hier vorbei. Das ist das Deserteursdenkmal, das vor der Hofburg errichtet wurde. Die FPÖ hat ganz scharf dagegen demonstriert. Jene zu Ehren, die sich damals geweigert haben, sich der Wehrmacht anzuschließen. Würde Sie das stören, wenn Sie da jeden Tag vorbei müssten? Nein, ich weiß, vor ein paar Tagen erst dort. Sind Bärmacht-Deserteure wie Franz Jägerstetter, der sicher der bekannteste ist in Österreich, dessen Geburtstag sich auch kurz vor der Wahl jährt, sind das für Sie Helden, die man ehren muss? Wissen Sie, man muss sich überlegen, man kann nicht immer alles pauschalieren. Oft ist die Welt nicht nur weiß oder schwarz. Wenn jemand desertiert und dadurch in seiner Gruppe andere Menschen zu Tode kommen, weil er sie im Stich gelassen hat, dann ist er für mich kein Held. Wenn jemand sagt, ich will dieses Regime nicht, ich mache da nicht mit und ich riskiere mein Leben, um meiner Überzeugung treu sein zu können, dann ist er für mich ein Held. Also Franz Jägerstetter ist für Sie ein Held? Der Franz Jägerstetter war sicher ein sehr mutiger Mann, ja. Der Franz Jägerstetter ist für Sie ein Held.